Heiter, was geht ab Leute, Home hier. Ich hab gleich mein Dioxys X-Ray, aber da freue ich ein paar Neuigkeiten für euch. Und zwar wurden ein paar Sachen entdeckt durch den Kollegen Crails, aka Chalas, wie ich ihn nenne. Er hat wieder sein Datamine Zeugs gemacht und für das kommende Halloween Event ein paar Sachen entdeckt. Wir waren ja gestern live und haben darüber geredet. Also heute müsste es eigentlich kommen, weil heute ist Mewtwo weg. Let's talk from Mewtwo. Mehr dazu dann morgen wahrscheinlich in dem Video. Aber ein paar Sachen wurden entdeckt. Es gibt auch noch ein paar Fake News bezüglich Doppelbomben und so. Das ist noch nicht bestätigt. Kann sein, dass es stimmt, aber bestätigt ist es noch nicht. Was stimmt ist aber, was Crails entdeckt hat. Und zwar gibt es neue Kleidung. Das interessiert wahrscheinlich keinen. Außer mich, weil ich sammle die Kleidung. Es gibt so Gengar Shirt und Gengar Mütze. Ich bin gespannt, aber eigentlich ist es egal, wie es aussieht. Ich kaufe es mir hin. Da haben wir noch ein paar Quests. Und zwar gibt es einen Quest. Fange so und so viele Hundestorn und Fiffchen. Fange so und so viele Unlichtmonster. Fange so und so viele Geister. Entwickle ein Zwirlicht oder Schuppel. Damit haben viele gerechnet. Die Frage ist, was als Belohnung da rauskommt. Und jetzt das Krasse. Es wurde eine neue Spezialforschung entdeckt. Extra für Halloween. Und Belohnung ist dann Krippook. Blende ich hier mal ein. Moment, habe ich auch hier. Pokémon, das ist Geist und Unlicht. Also sehr, sehr passend für Halloween. Geist und Unlicht. Finde ich sehr gut die Idee. Mit eigenen Spezialforschungen für Events. Bringt noch mal ein bisschen Action. Und wird wahrscheinlich jetzt dann am Abend noch angekündigt. Ich hoffe, erst nachdem ich das Video hier hochgeladen habe. Aber wie gesagt, ich muss erst mal zu meinem Dioxys X-Raid. Und dann, in der Zwischenzeit wird es wahrscheinlich dann angekündigt. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, das war mein Dioxys-Raid. Da gibt es nicht viel zu sagen. Also erstens, weil es so windig war. Habe ich einfach nur Musik drüber gemacht. Aber zweitens, weil er so schlecht war. Oh mein Gott. 1501. Naja, schreibt es unten in die Kommentare. Wie es bei eurem X-Raid so lief. Wie gut war euer Dioxys. Ansonsten Halloween-Event. Es wurde noch nichts weiter bekannt gegeben. Was gut ist für uns. Das heißt, das Video hier ist nicht ganz veraltet. Aber schaut später vorbei im Livestream. Da wird sicher das Event erstens angekündigt. Und zweitens fängt es wahrscheinlich auch heute Abend schon an. Also schaut vorbei. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht. Pokémon is serious business.